Jau Leute! Und so, tolle Einleitung. Willkommen zum ersten Video auf diesem neuen Kanal von Let's Play Earth Games und... Hier ist Suncraft Man. Und was mir gerade passiert ist, als ich auf dem Server gejoint bin? Was denn? Ich bin gestorben. Was? Es liegt hier schon ein Grabstein oben von mir. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, ich habe 5000 damage aus irgendeinem Grund bekommen. Soll ich mich ja viel Mail machen? Ne, lieber nicht. Schön. Ich fäll schon mal in Holz, ne? Dann mach ich mal einfach so ein hellblau-mäßiges Shirt. So. Äh, SoftComedium Core? Ja. J-U-L-I-A-N. Dann legen wir schön viele... Warte, hab ich zwei, drei, vier, drei! So. Receiving Calldata. Receiving Calldata, komplett. Oh, ich bin da. Da, guck da unten. Da liegt nur ein Trampfer an hier. Tatsache! Gar nicht aufsammeln. Was steht da? Jan Fell, fix him to gravity. Edit. Kannst da Fehl drauf schreiben. Guck dir mal an, was da steht. Jetzt kommt. Toll! Wie viel Nettigkeit du wieder zeigst. Ja. Muss man schon sagen. Aber der leckt ja auch nicht annähernd oder so. Ein bisschen. Ich meine, das ist ja auch, weil das Holz überall um dich rumfliegt. Die Leute im Video sehen das ja. Übrigens, es wird nicht immer so sein, dass, äh... Ja, Skype sagt dauernd kein Mikrofon oder keine Lautsprecher erkannt. Das ist unlogisch. Ähm, es wird nicht so sein, dass immer nur ich aufnehme. Bei Minecraft, wenn wir das jetzt planen, wird zum Beispiel höchstwahrscheinlich Split Screen sein. Und hier bei Terraria wird in der nächsten Ausnahmesession dann wahrscheinlich der Jan aufnehmen. Hallo. Ja, das werde ich machen. Äh, grüne Party? Jo. Oder blau. Ne, grün. Okay. Wo sollen wir unsere Base aufschlagen? Keine Ahnung. Beschlag nur eine Base auf und ich gehe noch was Holz fällen. Okay. Ich gehe auch voll noch ein bisschen Stein. Huchi! Boah, es sind hier. In hohe Bäume. Nein, Schleim. Ja, und Kömer ein paar Schleims. Ja, ich bin gerade dabei Holz zu fällen. Ach, meine, jetzt habe ich keine Dingenskirchen. Wie heißt? Wir, Cloud in Bottl und auch keine Dämonie-Spitze, das ist dumm. Brauchen wir auch bald hier eine Letzt-Play. Ja, wir haben gerade angefangen, ich rede von Dämonie-Spitze. Ja, genau. Und sowas könnten wir träumen. Ja, könnten wir. Machen wir aber nicht. Au. Weil wir es auf einem anderen privaten Server ja schon haben. Abgesehen davon, dass wir in der Hölle sind. Genau. Wie auch am Abspann des Videos gezeigt, falle ich in unsere Hölle und sterbe da. Das ist übrigens am Ende des Videos immer als Abspann. Und da könnt ihr dann auf die einzelnen Kanäle so als links klicken. Also Suncraft Man und Let's Play Every Games. Man ist das hier groß. So. Der Grabstein, der ist jetzt in unserem Keller. Toll. Mein Grabstein mit Jan ist so doof wie noch nie drauf. In etwa. So, äh, mir fällt gerade auf sich eine Fackeln ab, so jetzt schon. Na, 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 hier geht runter, oh mein Gott, da sind Spinnenweben, oh mein Gott, hier auch. Uchi, Spinnenweben! So. Voll ungewohnt, dass man hier Sand mit einem, mit einer Spitzakarp baut. Wieso? Gegenüber Minecraft. Ja. Ich hab nicht so viel über Minecraft reden in einem Terraria Let's Slime. Terraria Let's Slime wäre auch ein gutes, äh, gutes Let's Slime. Man spielt dann, man springt dann so als Slime herum, ne? Genau Let's Slime. Wie bei Super Mario Hex als, äh, Yoshi oder so. Oder Luigi. Gibt's ja. Super Mario Hex, wo man Yoshi oder Luigi spielt. Tja. Das ist voll diese Votage. Was für eine Votage? Ging über dem normalen, klassischen Mario. Jetzt ergibt alles keinen Sinn. Uchi. Wieso ergibt alles keinen Sinn? Keine Ahnung. Weil's das nie tut. Halt Schleim. Jetzt, stimmt schon. Boah, dieses Kurzschwert ist echt zu nervig. Man kann damit überhaupt nicht treffen. Außerdem sieht das so aus wie Öhm, finde ich. Au. Au. So. Getötet. Hocaa. Soll ich so besser schon zwei Türen. Ich guck mir jetzt mal so noch mal. So. 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 das eine er das eine 7 ja ich bin nicht der beste Kämpfer in Terruia wie es manche Leute nennen keine Ahnung wieso die auf Terruia kommen und ist jetzt kommen Terraria vielleicht aber Terruia doch nicht so gehen wir erstmal hier so runter sehen dann dass sie ein Kämpfer gehen durch das Kämpfer sehen dass da unten Jan ist jedenfalls die Fälle zu erinnern und der Let's Play Together äh ich muss und da ich gerade im Moment aufnehmen muss Prozent ich auch das Spannende zeigen nicht dann nirgendwo auch Koppel Schopper wie es manchen nennen Plätzen verglommene hochzukommen Poggi dann hier hoch und da ist sehr viel nicht nichts aber sie ist recht weiter Olli Roger Adjo der Dokumentation übrigens hat die Jahrzehnte Uhr hat war Auer Hau in seinem Leben der Fall für die Busserung aus der Pläne das ist ja nicht spontan durch den Berg hier geht weiter da hat man sich ganz wenigstens ein gelber Schleif auch die Kiste 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 was für eine Proeignal die Schöne Köln Knife und Portions Bottles eine normale das ist kurz ab ja noch das wir schon mal eine Kiste für unsere Sachen da und da und da und ab 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 hat man nicht ich bin ein ich bin ich weiß ich benutze komische Ausdruck wollte ich sagen und dann kam ich auf den Binders ah ah da ist ganz viel Schopper und Silber ich habe auch schon drei Silber da oben ist aber ganz viel, bau du das ab wir können ja später teilen teilen ja teilen so ich geh wieder an die Oberfläche und wenn man an die Oberfläche zu kommen Kinder drückt ihr einfach nur auf Disconnect dann auf Multiplayer Join wählt euren Charakter und drückt Accept Accept und dann steht da Receiving Elder da und ihr seid im Haus das kommt und das Haus ist ganz zu hoch das Haus ist kein zu hoch das habe ich extra so hoch gebaut damit man da nicht drüber kommt es ist voll dumm nein eigentlich damit wir da ein Kronleuchter aufhängen können ich mache es immer so dass man da genau drüber kommt also ach genau Sprunghöhe schön ausgeleuchtet erstmal nämlich keine Zornbi-Monster wenn die Spinnenpiraten kommen und dann wird erstmal der Schleim draussen abgenutzt hat so auch ja nie ist klar das ist auch heute waren in der Schule Oh mein Gott das ist ein Mixer-Burm und an der Schule hing heute eine Mülltonne im Baum und irgendwer aus unserer Klasse ist dann hochgeklebert und hat den runtergeholt den Mülltonnen den Mülltonnen ich dachte jemand hätte den Baum runtergeholt von der Mülltonne hä? wenn die Mülltonnen auf dem Baum ist, hat jemand den Baum ja ja du hast es so komisch erklärt ja weil es heißt ja den Baum oh eisen oh es ist Nacht ja und ich sehe nichts fällt mir auf also können wir stellen eure Bildschemeinstellung immer auf hoch wenn ihr letzt-playt so gut dass ich das mache ich nicht ich habe sie nämlich auf ganz Wurr La Wurm stirb La Wurm La Wurm so französischer Wurm La Wurm La Wurm au kacke ich bin noch Medium Core ich gehe mal la 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 verdammt 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 ich sterbe la 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 mein ganzes Zeug und ein Grabstein la 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 ein ganzes Zeug das drauf was mit dir passiert ist ich weiß was evi kittu 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 bei Zombie oh mein Gott hä behält man das äh die Copper Peak X und die Copper X und so oder kriegt man die nochmal jetzt die behält man right nein die behältst du nur ist es nur Copper oder alle Spitzhacken und Schwerte behält man es lebt grad ein bisschen behält man alle Schwerter und so oder nur wenn die auf Copper sind nein nur diese Grundausrüstung und wenn man die nicht hat was dann hast du Pech gehabt dann verlierst du dann kriegst du sie wahrscheinlich nochmal verdammt verdammt das darf nicht wahr sein oder was was ist jetzt alles doch hin nein aber ich bin tot du warst tot ich bin wieder tot hast doch gesehen wo es dann auch bei Zombie wie es wird ein bisschen toll woher das ist scheiße mit Medium Core Core vor allem Core Medium Core Core Brains Brains Alter was für eine lange oh jetzt stehen jetzt schon zwei Grabsteine cool so ich renne einfach mal durch den Zornbieter und schnell wie möglich nach Hause will lalala na 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 ich will in der Hause nicht direkt wieso wurde Softcore und Medium Core einget ja Softcore oder eigentlich Fick dich wieso läufst du um wieder zu scheinen diese städte Grabsteine ist auf einmal da hier werden wir gleich 20.000 Grabsteine stehen warum denn? bei uns nicht im Haus oder was? nö 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 Bis zum nächsten Mal.